Ich habe mir Tracing Adai angesehen. Der Film kommt am Samstag um 16 Uhr. Da geht es um einen Jungen, Adai heißt er, der seine Familie, seine Mutter vielmehr und all seinen Freunden den Rücken kehrt und nach Syrien in den Bürgerkrieg geht. Seine Mutter sagt da auch gar nichts. Er ist einfach weg, sie weiß auch gar nicht wo er ist und dann forscht sie ein bisschen nach. Irgendwann kommt sie darauf, dass er ist. Sie schreiben auch Briefe hin und her. Der Film ist echt cool gemacht. Das ist so ein bisschen Dokumentation, ein bisschen animiert sogar auch. Das ist ganz interessant umgesetzt. Bei der Kamera sind es eigentlich schon normale Menschen und Schauspieler, die da eben vorkommen. Die Mutter spielt sich auch selber. Teilweise sind immer so Animationen drübergelegt. Gut gemacht. Man kann da gut eintauchen. Gute Dokumentation, die man sich mal ansehen kann. Samstag 16 Uhr. Wer Interesse hat, der schaut zu. Kärgentlich! Kärgentlich! Kärgentlich!